So moin moin, wir haben eine Breaking News und damit auch ein Double Upload. Ursprünglich sollte es ein Urteilspruch am 28.10. über den Drachenlord geben. Nun allerdings hat sich das Gericht anscheinend entschieden, heute schon das Urteil zu fällen. Wir haben jetzt eine seriöse Quelle, die vor wenigen Sekunden bestätigt hat, nämlich der leitende T-Online-Reporter, der leitende T-Online-Redakteur, dass Drachenlord zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt werden soll. Sprich, Drachenlord müsste demnach ins Gefängnis für die nächsten zwei Jahre. Es hat zuvor mehrere Gerüchte auch gegeben, es hat im Internet die Runde gemacht, dass Drachenlord wohl auch wirklich nun jetzt verurteilt wurde. Nun bestätigt das auch, also Lars Wienand hat dazu folgendes auf Twitter geschrieben, der leitende T-Online-Redakteur hat geschrieben, Zwei Jahre ohne Bewährung, Drachenlord, Rainer Winkler muss hinter Gitter, hat Lars Wienand gerade eben geschrieben. Also das ist damit eine seriöse Quelle, wir können damit raus mit der Story. Wie gesagt, bereits zuvor hat es die Runde gemacht, dass Drachenlord nun heute doch verurteilt wurde. Die Verteidigung von Drachenlord hat noch Bewährung quasi in ihrem Plädoyer gefordert. Zwei Jahre auf Bewährung hat die Verteidigung gefordert, die Staatsanwaltschaft hingegen hat zweieinhalb Jahre ohne Bewährung gefordert. Nun hat sich wohl das Gericht darauf geeinigt, zwei Jahre ohne Bewährung zu setzen. Sprich, Drachenlord muss hinter Gitter. Das, was hier passiert ist, ist wohl sozusagen auch das Ende einer Eskalationsspirale. Drachenlord soll vor Gericht auch mehrere Straftaten gestanden haben. Es gab eben auch den Versuch, auch von der Verteidigung dafür zu sorgen, indem Drachenlord eben Straftaten gesteht, dass er dann vielleicht nochmal mit einer Bewährungsstrafe rauskommt. Und das Problem an der Sache, er wurde ja bereits schon mal für sieben Monate auf Bewährung verurteilt im Jahre 2019. Ich nehme an, dass diese Tatsache ihm dann schlussendlich zum Verhängnis wurde. Das Ganze ist jedenfalls ein riesiges Thema. Ein riesiges Thema. So etwas hat es auf YouTube Deutschland noch nie gegeben. Dass ein durchaus umstrittener, aber natürlich auch ein bekannter YouTuber, ein bekanntes Phänomen im Internet, schlussendlich so einen Urteilspruch bekommen hat für Straftaten, die er begangen hat. Wie gesagt, hier ist der Double-Upload dazu. Das ist der aktuellste Stand der Berichterstattung. Also Lars Wienand hat das, wie gesagt, bestätigt, gerade eben auf Twitter. Und ja, ich lade jetzt schnell hoch. Bis dann. Tschö. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020